Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Orangen-Marzipan-Thaler. Orangen-Thaler schmecken nicht nur, sondern sind auch ein köstliches Mitbringels zu Festlichkeiten. Schön dekoriert mit Rosenblättern auch ein Genuss für das Auge. Ein Muss für alle Marzipan-Liebhaber. Für 70 Stück werden folgende Zutaten benötigt. 200 Gramm Aransini, 100 Milliliter Quantro oder einen anderen Bitterorangenlikör. Abgeriebene Schale von 4 unbehandelten Orangen. 600 Gramm Marzipan-Rummasse, 400 Gramm Staubzucker-Puderzucker, 600 Gramm feinen Kristallzucker, 70 Sankt kleine, unbehandelte Rosenblätter, 2 Eiweiß, 500 Gramm weiße Schokolade. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenwaage, Moulinette oder Küchenmaschine mit Mixausatz. Küchenmaschine mit Knethaken oder Handrührer mit Knethaken und Schlagkessel. Küchenreibe, Küchensieb, Backbrett, Teigschaber, Messer, Backbleche ausgelegt mit Frischhaltefolie, 2 Schüsseln, Schneebesen, Topf, Pralinengabel, Backbleche ausgelegt mit Backpapier. Zubereitung Die Aransini ganz fein, am besten in der Küchenmaschine, hacken und in den Schlagkessel geben. Mit dem Quantro übergießen und für mindestens eine Stunde ziehen lassen. Danach die Orangen am besten heiß waschen und die Schale abreiben. Zu der Aransini geben. Die Marzipanrohmasse in kleine Stücke schneiden und mit der Trockenfrucht glatt verkneten. Das Backbrett mit Staubzuckers besieben, das Orangenmarzipan darauf geben und mit Staubzucker bestreuen. Aus der Masse eine ca. 2 cm dicke Rolle formen. Die Rolle in etwa 1,5 cm dicke Scheiben in Staubzucker drücken und ebenso damit bestreuen, um ein Verkleben und Austrocknen zu verhindern. Jetzt jedes Stück zu einer Kugel formen und diese auf ein mit Frischhaltefolie ausgelegtes Backblech legen, nochmals mit Staubzucker bestreuen und zu glatten Talern drücken. Das Blech in den auf 50 bis 60 Grad Celsius vorgeheizten Backofen schieben und für etwa eine Stunde antrocknen lassen. Vorsicht, die Taler sollten nicht vollkommen durchgetrocknet, sondern innen noch saftig sein. In der Zwischenzeit die Rosenblätter waschen und gut trocknen lassen. Auf einem großen Tablett den Kristallzucker streuen. Das Eiweiß verquirlen und die Rosenblätter nach und nach durch das Ei klar ziehen, abtropfen lassen und auf den Zucker legen. Sofort mit Zucker bestreuen und trocknen lassen. Die weiße Schokolade über Wasserbad schmelzen lassen. Die Orangentaler nach und nach in der Schokolade tunken, die überschüssige Schokolade vorsichtig abstreifen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Sofort mit jeweils einem gezuckerten Rosenblatt garnieren und auskühlen lassen. Noch einige Tipps. Die restliche Schokolade für weitere leckere Weihnachtsbäckerei und Konfekt aufheben. Lagerung Gut gekühlt und richtig gelagert halten die Orangentaler circa ein Monat, schmecken aber immer noch am besten je frischer diese sind. Am besten im Kühlschrank und in einer luftdichten Dose aufbewahren. Einzelne Schichten von Kuppeln mit Pergamentpapier trennen. Als Beilagen eignen sich Kaffee, Tee, Vollmilch oder heißer Kakao. Diese Varianten gibt es. Anstatt Rosenblätter eignet sich auch andere essbare Blütenblätter verwenden. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Kaffee, Tee, Vollmilch. Liebe, Tee, Vollmilch. Kaffee, Tee, Vollmilch.